Alexander hallo, in diesem Video schauen wir uns mal das Modell Lugano in braun in Leder an von Richtenburg. Wurde mir Freund zur Verfügung gestellt. Ich nehme erst mal die Verpackung zur Seite. Dann können wir das alles mal anschauen was da drin ist und wie es aussieht. Genau das ist Holzoptik. Innen drin ist die Automatik. Okay und jetzt zoome ich euch mal ein kleines bisschen näher ran, damit ihr die Uhr genauer sehen könnt. Von allen Seiten, meine von der Größe, ich mache es euch mal auf, damit ihr sehen könnt wie groß das am Handgelenk bei mir aussehen würde. Ungefähr so groß, als eine ganz normale Männeruhrgröße wie jetzt hier. Ist jetzt nicht aufgezogen, das heißt klar macht natürlich auch Sinn, dass ihr in der Automatik Uhr etwas aufzieht. Darum könnt ihr neben hier noch an der Seite einstellen und hier hinten das Ganze. Habt ihr eine schöne Möglichkeit ins Werk rein schauen. Das ist von allen Seiten und nochmal hier von der Seite, dass ihr euch mal die Krone anschauen könnt, wie die Verarbeitung selbst ist. Und hier neben noch das Lederarmband. Okay.